Wunderschönen guten Tag liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Maker 2. Gemeinsame Kino. Grüß die Ziege. Das muss ich kurz mal runterschlucken. Weil ich hätte jetzt was Super Mario Galaxy gesagt. Das ist schlecht. Das ist aber scheiße, wirklich, weißt du, Super Mario Galaxy 2 und Super Mario Maker 2. Es ist nur ein Wort anders. Ich habe auch letztens bei Pokémon Schwarz gesagt, dass ich Pokémon strahlender Diamant ist. Obwohl ich strahlender Diamant nicht mal gemacht habe. Ja lol. Nee, du hast das wahrscheinlich deshalb gesagt, weil ich weiß jetzt schon, die 50 Views beim Ding-Video mit Barmelin sind deine Views, weil du dir das immer gönnen musstest, wie ich Barmelin als Feuer-Pokémon bezeichnet habe. Das ist... Oh, ich hätte so gerne deine Reaktion gesehen. Ey. Spielt der strahlender Diamant und behauptet, dass Barmelin ein Feuer-Pokémon ist, obwohl es einfach wie ein Rettungsschwimmer aussieht. Es war aber rot wie Feuer. Ich bin zu... Es war orange wie ein Rettungsschwimmer. Hast du schon mal Baywatch gesehen? Ja, orange ist aber... Kann aber auch Feuer sein. Alter, farblich darfst du gar nicht nachgehen. Ich meine, das Lustige ist halt, vor allem, ich hätte es wissen müssen, weil ich habe ja den Anime gesehen, die vier Staffeln von Sinnoh. Da war ja auch ein Barmelin dabei. Und das hat ja die ganze Zeit Wasserdüse, glaube ich, war es die Attacke verwendet. Nee, Blödsinn, Wasserdüse war die Attacke von Robbal in der Loder. Kann sein, dass er auch Wasserdüse kann. Ja, kann schon sein. Was mich gerade interessiert, du hast mich gerade auf ein interessantes Gesprächsthema gebracht. Wurden denn schon alle Pokémon, die es gibt, im Anime gezeigt? Also das sowieso nicht, die neuesten sowieso nicht, aber... Alle Pokémon im Anime? Das ist so eine Frage, die ich jetzt stelle. Die Frage ist, nur die Staffeln oder zählen Filme und Extras auch? Dann hat sich in alle zusammen, wurden schon mal alle über 900 Pokémon gezeigt? Glaub ich nicht. Also jetzt, abgesehen von den neuesten aus Legenden Arceus und so weiter, aber... Naja, ich würde jetzt Regionalformen können, ja gut. Ja, Regionalformen sind mir scheißegal. Nee, ich zähle aber auch dazu. Aber jetzt sind Reha. Ich glaub's nicht. Glaub's auch nicht, aber ich weiß es nicht. Also die aus der achten sicher nicht. Nee, das nicht. Also wie gesagt, die neuesten gibt's nicht. Okay, also nur Generation 1 bis 7. Ja. Ich hab den Steinbock mal anfährt. Das Problem ist halt, ich kann jetzt nicht tausend Folgen im Kopf durchgehen, weil ich niemals alle auswendig weiß. Naja, aber ich bin sowieso immer überlegen, ob ich mir komplett von vorne nochmal angucke und dass ich dann eine Strichliste führe. Wer führt eine Studie? Ich hab den ganzen Pokédex auf einer Liste ausgedruckt und jedes Pokédex, was ich sehe, wird einmal gestrichen. Geile Idee. Danke, Markus. Mach das jetzt anders, warte kurz. Ich google jetzt einfach, ob alle Pokémon schon gezeigt worden sind oder was? Dafür verlauch ich kurz mein Handy. Also da hast du mich jetzt gerade echt ein geiles Thema angesprochen, so. Also alle Pokémon, wie viel gibt's überhaupt? Äh, über 900. Bis zur siebten meine ich. Achso, keine Ahnung. 800 irgendwas. Mit Kabel-Sinnepopo werden wir wahrscheinlich die tausend voll machen. Ja, das könnte sein oder wird sogar sein. Wird ganz sicher sein. Die werden doch wohl mehr als 100 Pokémon einführen. Hoffe ich mal. Okay, ihr könnt vielleicht kurz eine kleine Rückkopplung beim, äh, Ding haben. Beim, äh, bei meinem Mikrofon, weil mein Handy da gern mal und das Mikro sich nicht mögen. Also Pokémon Anime, alle Pokémon vorkommen, easy. Ist kein deutscher Satz, aber juckt mich gerade nicht. Es gibt tatsächlich, lol, es gibt tatsächlich, ähm, eine Wikipedia, wo die Episodenliste steht. Schauen wir mal, ob da auch wirklich alle Pokémon stehen, wie oft sie vorkommen. Okay, nee, da gibt's nicht mehr gezeigte Episoden, alles klar. Ja, es gibt Episoden, die in Japan gezeigt wurden, aber im internationalen Markt gar nicht. Okay, ich lese da aber schon so Sachen wie, ähm, dass da gewisse Pokémon je nachdem, äh, pro Kontinent gestrichen wurden, ne? Ja, das weiß ich auch. Okay, also, also ich lese zum Beispiel, dass Tentoxa und Tentacher in Amerika nie gezeigt wurden. Okay. Weil die scheinbar zu einer Folge gehören, der Terrorturm, und das war zu einem Zeitpunkt, wo, ähm, wo ja die Anschläge waren. 9-Eleven. Achso. Gab's die Pokémon damals schon? Tentacher und Tentoxa? Das ist das erste Gen, Junge. Tentacher und Tentoxa? Ja, ich bin sicher, das ist doch das erste Gen. War das? Das ist gar nicht mehr. Zumindest, äh, oder zweite, ich, ich glaub schon. Ist das nicht, dass Tentacher... Ich glaub schon, dass das erste Gen war. Oh, Zeit ist schon aus. Ja, gut. Warte, doch, war das erste Gen, da hast du recht. Ich glaub, ich denk mir ja, Tentacher, Tentoxa von erster G. Ich mein, das wär sowieso geil, weißt du, die müssten mal so einen Wörterkette-Wettbewerb machen, weißt du, die alle Pokémon der ersten Generation aufzählen, let's go. Nur der ersten? Nur der ersten. Wie viel würd' man schaffen zu zweit, bis einer von uns einen Fehler macht? Boah. Ich glaub, ich wüsste die Starter, und danach kommt, glaub ich, Taubsee. Ne, ich mein nicht der, ich mein nicht der Reihe nach, sondern allgemein. Achso, ja, gut. Ich mein, der Reihe nach, ich kann mich erinnern, dass du mich irgendwann mal spontan die Pokédex-Nummer nach Mewtwo gefragt hast. Die wusste ich zum Beispiel. Die weiß ich auch. 100, irgendwas, 151, glaub ich, hast du gesagt. 150. 150. Ich hab den Sprung schon wieder nicht geschafft. Und Mew war 151, jetzt hab ich mich so verwirrt. Vor allem springen wir die ganze Zeit eigentlich. Darüber. Weil wenn ja, sind wir eigentlich dämlich einfach auf den Steinblock. Ja, eigentlich ist der Steinblock, glaub ich, dafür gewollt. Ja, eigentlich auf den Steinblock draufstehen, oder hat sich die Geschichte. Das Ding ist, ich lock den Steinblock halt immer weg, weil ich dann viel leichter hochkomme. Ja, keine Ahnung. Aber wir sind grad so unkonzentriert wegen dieser Einfrage. Mhm. Aber Google spuckt doch gar keine Antwort raus. Nee, ich glaub auch nicht, dass es da eine Antwort für gibt. Ey, sicher irgendwo, aber die Frage ist halt, wer ist denn überhaupt zu kernbehindert und googelt oder wertet das aus? Ein Kino XD hat's vor, aber wer ist denn sonst zu behindert? Das können nur Japaner sein. Komm mal her kurz. Ich hab ihn schon geholt. Nee, das meinte ich nicht. Oh, komm schon, Steinblock. Nein, der ist weg. Ja, komm her, dann machen wir's anders. Wobei, ist er jetzt wieder neu gespawnt? Ja, ist er, warte. Abfahrt. Danach kommt direkt noch ein Steinblock-Sprung, ne? Ich weiß, aber die Frage ist, jetzt brauch ich den? Nee, brauchst du gar nicht hier. Dann überspringe ich einfach den Zweiten. Du fährst mit dem Ersten immer noch mit. Oh, da kommt nochmal sowas. Da ist die Münze an der Stelle. Ach, Leute, es gab eine Zielbedingung? Ja, eine Münze sammeln. Also alle Münzen. Die war in der Röhre drin. Und vielleicht kommt dann gleich direkt das Ziel. Nee, hier ist eine Tür. Und da ist dann das Ziel. LOL. Das Level war so einfach. Aber wir haben wieder mal fünf Minuten gebraucht, weil wir uns unter anderem über Pokémon beschäftigen. Ey, es war doch ein interessantes Thema. Mhm. Da kannst du nichts gegen sagen. Also ich finde, ich bin schon ein Stück klüger. Ja, währenddessen du jetzt das nächste Level startest, suche ich weiter nach der Antwort. Pokémon, die im Anime vernachlässigt. Bisa-Bisa-Fans. Danke, ich wusste, warum sich die Mitgliedschaft auszahlt. Weil die wissen alles. Bisa-Fans ist schon eine gute Seite. Ja. Mhm, schauen wir mal. Da steht nämlich, die vernachlässigt wurde. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt verstanden, dass du Bisa-Samen gesagt hast. Und ich hätte gedacht, nee, das hat man auf jeden Fall gesehen. Aha, warte. Ich hatte hier sogar Ash gehabt. Mann, Monty. Die Mittelentwicklung. Okay, aber es sieht so aus. Nein, Wickler. Oh, nicht ab. Okay, aber es sieht so aus tatsächlich, dass alles schon mal gezeigt wurde. Wirklich? Ja. Äh, da, 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 aber da ist, das ist, das ist so, ich lese dir gerade, das ist so ein Ding. Wieviel ist das denn ein Ding? Okay, also da steht, die seltenst gezeigtesten, da sind sie, ist sich die Dinge einig, ähm, sind Ho-Oh, Kanivana, Tohaido, Seemob, Sejong, Walreiser, Rettern, Smogon und Ponita und Galoppa. Also, Rettern, Smogon, wieso das denn, die hatten doch Team Rocket. Ja, steht da zumindest, ich mein, also, Ja, das kannst du doch nicht, also, ja, also, Smogon steht. Ja, gut, aber, aber Ponita und Galoppa, das stimmt schon, weil die sieht man echt nicht häufig. Ah, wobei man die jetzt auch wieder ein Ding jetzt gesehen hat, in Pokémon Reisen. Vielleicht, ja, aber ich, äh, wann hättest du die sonst noch gesehen? Also, ich weiß noch, eine Folge kam Galoppa vor, äh, bei Alola, weißt du eh, wo die in Kanto waren? Wo der Kiabe da hinterher, mit dem, äh, weißt du eh. Ja, ja, ich weiß. Aber, wie gesagt, es wird mir, es wird mir halt echt groß nicht einfallen, äh, welche Pokémon sonst kaum selten vorkommen. Also, Walreiser, hab ich, glaub ich, wirklich gefühlt noch nur einmal bis jetzt gesehen. Boah, das kann ich gut sagen. Pichu. Pikachu kennst du, aber Pichu und Raichu siehst du sehr seltener. Wobei, Raichu siehst du recht häufig. Ja, gut, okay, jetzt durch, äh, Go auf alle Fälle. Nicht nur durch Go, auch vorher schon. Ja, aber Pichu siehst du sehr seltener. Ich wüsste, glaub ich, grad nur zwei Folgen. Ich wüsste, glaub ich, mir fällt auf Anhieb, glaub ich, jetzt grad nur zwei Folgen ein. First Try, Alter. Was ist das denn? Ja, während ich, ich, ich halt nicht, weil ich gegoogelt hab. Ne, äh, was gibt's denn da? Ähm, ich könnt, ähm, was gibt's denn da? Also ich könnt mich in eine Folge aus X erinnern. Ja. Mit dem Pichu, weißt du eh, was da verscholl, was da, wo die, wo dieses, äh, die Denne und das Pichu vertauscht wurden. Und, äh, ja, in der ersten Folge von Reisen auch. Ja. Wo du Pikachus Vorgeschichte siehst. Aber wann gab's da sonst noch Pichu? Sicher irgendwo in der... Also in Reisen gab's das nochmal, aber ich glaub, soweit bist du noch gar nicht. Ne, du schaust das ja woanders, komisch, lustigerweise. Ja. Aber es gibt eine Folge, da entwickelt sich, äh, Ash Pikachu zurück in Pichu. Das ist, äh, freu dich drauf. Oder hast du die schon gesehen? Die müsstest du doch schon gesehen haben, oder? Ash Pikachu zurück zu Pichu? Ja. Nee. Hast du nicht gesagt, du hast die Folge gesehen mit, äh, als, äh, Lugia zurückkommt? Ja. Ist das da nicht? Nein. Die letzten paar Folgen von Meisterreisen ist das. Ja, das ist soweit, nee, nee, wie, wie viel hat ein Meisterreisen? Keine Ahnung. Was passiert denn bei der Folge, wo Lucia dabei ist? Lucia. Äh, na, da wo sie, das ist die, wo sie, äh, Ash trifft. Ja, ja, und weiter, da gibt's mehrere Folgenreisen, wo sie Ash trifft. Ja, da kommt, da kommt dann dieses, äh, dieses, äh, Team Rocket, dieses größere Team Rocket auf, als die, die wollen ja Darkrai und Chrysalia fangen. Und genau in der, das sind ja, glaube ich, drei Folgen hintereinander und eine davon sieht man auch in Pichu. Ja gut, aber wenn drei, drei hintereinander, es sind jetzt zwei draußen. Achso, ja. Kann sein, dass die dritte ist, das wird wahrscheinlich dann nix, das werde ich dann nächste Woche sehen. Dann hab ich dich vielleicht ein bisschen gespoilert, aber sieht man dann an Pichu. Ja, okay, komm ganz ehrlich, ich, ich werd sowieso gespoilert, weil ich laufend auf YouTube von den, von so englisch-japanischen Channels, äh, die Nachrichten kriege. Weil sonst, äh, von, äh, wie zum Beispiel Finale-Camp, wie jetzt die Top 8 und so ist. Ja, deswegen guck ich das auf japanisch, auf dem aktuellen Stand, weil ich dich da nicht spoilern lassen will. Okay, hier geht's rückwärts. Ey, oh, oh Gott, danke, ich dachte gerade, ich hätte genoobt. Das Level ist geil. Ja, es ist klassisch, ne? Es ist sehr klassisch und klassische Level sind die schönsten. Sieht man nicht häufig. Ja, wie in unseren Folgen, auf alle Fälle nicht. Nein! Kack mich an! Du hast aber auch nur Glück. Das regt mich gerade wieder auf. Hä? Lol. Ist das echt die richtige Röhre? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber ja. Ist das so ein Scheiß, ist das Ding, wo vielleicht jede Röhre reingeht, irgendwo, und du musst jetzt die richtige Wind, ne? Kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, aber, war am Anfang wirklich irgendwo eine Schlüsseltür? Ja, direkt am Anfang war eine Schlüsseltür. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Geleg. Ach, Mann. Oh Gott. Warte, ich brauche Anlauf hier. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber solche Level, Du musst jetzt rückschauen. Okay, aber solche Level siehst du nur seltener. Solche Level siehst du echt nur selten, weißt du, dass du, dass das Level dann rückwärts zu spielen nochmal ist. Weh, du schießt auf mich. Hey, ich wollte dich nur mitnehmen. Es ist eine Veraufnahme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, damit hast du sämtliches Recht auf dem Schlüssel verloren. Das möchte ich an der Stelle nur mal erwähnen. Das stimmt allerdings. Stell dir vor, wir würden jetzt nicht Multiplayer spielen. Boah ey. Das war glaube ich dein dümmster Fane in letzter Zeit. Also so eine Aktion würde ich maximal von mir selbst erwarten, aber nicht von dir. Ein Label geht noch. Dann können wir unseren Pokémon Talk weiterreden. Worüber haben wir gerade geredet, das hat mich jetzt so aufgelenkt. Ja, irgendwie waren wir jetzt auf einmal bei Reisen und so, haben wir was geredet, aber der ursprüngliche Plan war ja zu überlegen, welche Pokémon am seltensten vorkamen. Ja. Im Anime. Wie geht denn die Liste weiter? Was? Ich hab die schon geschlossen. Wow. Ich siege alle Koopas. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich eine Liste gibt, dass ich irgendwo was finde, in die Richtung, welches Pokémon kam noch nie vor. Also ich hab... Kannst du nächstes Jahr sagen. Bis dahin hab ich alles. Also ich hab... Also ich hab nur ge... Despoter, glaube ich, ist auch noch eins. Weil... Das hat man auch schon mal gesehen. Ja, in Season 6 weiß ich auf alle Fälle. Das weiß ich nicht. Mit dem Pokémon-Wilderer. Hä? Wo muss ich hin? Ach. Ah, perfekt. Nee, Despoter wurde ja, glaube ich, aus irgendeinem Grund gebannt. Ich weiß aber gar nicht warum. Kommt man da hoch oder... Ja, da kommt man. Oh Gott! Äh... Ja. Was gibt's? Oh Gott! So, das hier... Komm, respawn, Plattform. Respawn! Okay, eine Münze fehlt noch. Ja, ich bin gerade mit den Koopas ein bisschen am Kämpfen. Mann, komm doch! Oh Gott! Der Yoshi! Ja, und ich hab's nicht gesehen, leider. Echt, wir müssen die Koopas klatschen. Ja. Das hab ich vorkommen vorgestern. Bin ja schon dabei. Das Problem ist halt, wie soll ich den letzten da klatschen? Da brauchen wir irgendwas, damit wir den zerstören können. Ich bin doch dämlich. Boah, bin ich behindert! Von oben doch, oder? Wo bist du? Ich sag, ich sag nicht. Doch, ich hab's mir schon gedacht, wenn's nicht scrollt, dann... Ich hab mich selbst getötet. Weil ich da oben stuck war. Spring doch einfach drüber, ist doch egal. Okay, da hinten ist aber gleich direkt das Ziel. Man sieht das ja schön. Oh. Ja, wir brauchen trotzdem... Du machst mir grad keine einfachen... Oh. Ja, lol. Oh, Yoshi, perfekt. Ach, jetzt sag nicht. Doch, natürlich, ganz ehrlich, was hattest du erwartet? Dass du mal ein bisschen Skill an den Tag legst. So, das widerspricht schon wieder die Aussage. Aber man muss das immer genau zur falschen Zeit sagen, wenn ich irgendwas Dummes tue. Weil du immer nur was Dummes tust. Sagt der, der vor sich mit dem Roten killt. Ah, ich hab die letzte Münze gefunden. Okay. Na, das freut mich. Jetzt brauchen wir... Hast du den Roten Yoshi auch? Noch nicht. Nimm den... Du dich mal um den Koopa, ich hol mir die... Ja, aber der Koopa ist größt... Achso, nee, warte, oh ja, der ist möglich, indem ich ihn einfach gegen den Steinblock werfe. Das ist jetzt sehr scheiße. Ach komm, lol, ich hab die Münze. Geil. Ich bin versehentlich drauf gelandet. Wir brauchen den Roten Yoshi. Warum macht er schon wieder die Stammfattacke? Du brauchst doch die Münze, dann brauchst du den Roten Yoshi nicht mehr. Zielbedingung, Junge, weil den Koopa kannst du anders nicht knatschen. Den kannst du bestimmt irgendwie anders knatschen. wenn du ihn rauswirfst, dann bringt es nichts und wenn du ihn gegen den Steinblock wirfst, ist es auch scheiße. Geh jetzt erstmal zurück und verwehrt schonmal den Schlüssel. Ja, gut, okay, Schlüssel ist verwertet. Ich schwöre dir, da kommst du ohne Yoshi nicht weiter und das Problem ist, du hast hier alle Sachen geschrottet. Das heißt, ich muss hier jetzt mit Anlauf einfach mal rüber. Du kannst sie auch zurückbringen, ne? Super, Stelle. Was kann ich? Ach, Ziege, Alter. Was kann ich? Ich gleich von oben an, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Stimmig, Stammverteck, hier fällt mir gerade ein. Oder spinnen. Och Mann, wenn du auf die Spins sind, die ja auch tot und verschwinden. Warte. Liegen lassen, liegen lassen. Gut. Auf das wollte ich hinaus. Wenn du das nach oben schaffst, dann spinnst du nie. Das wird nicht gehen. Na gut, egal. Also Leute, der Pokémon-Talk ist an der Stelle auch beendet, weil die Folge ist lang genug. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mal schauen, was uns da wieder für schöne Themen einfallen. Die Ziege vielleicht mal. Die Ziege vielleicht. Leute, bis zum nächsten Part. Bei mir guckt gerade, wir haben Fenster rein, mitten in der Nacht. Schön, freut mich. Ciao, ciao. Ja, ha. Ciao. Ciao.